Die Zeit zwischen den Jahren ist immer ein trefflicher Moment, um nicht nur auf das vergangene Börsenjahr zu gucken, sondern auch darauf zu schauen, was von dem, was passiert ist, wir Börsianer mitnehmen können in das neue Jahr und vielleicht etwas daraus abzuneiten. Und diesen Versuch möchte ich nun unternehmen mit Stefan Risse, den Kapitalmarktstrategen von Akatis Investment, zurückzuschauen und einen Ausblick auf 24 zu machen. Schönen guten Tag, Herr Risse. Hallo, Herr Kerschel. Herr Risse, gab es denn im vergangenen Börsenjahr etwas, das selbst Sie als altem Hasen, sage ich mal, dass Sie das so sehr überrascht hat, dass Sie gesagt haben, da bin ich ja selbst mit meinem Börsenlatein am Ende, wo Ihr wisst, dass Sie eigentlich kein Latein können, aber Börse? Ja, da gibt es schon etwas, was aber, glaube ich, allen anderen, die auch Börse können, genauso geht, nämlich dieses extrem gute Abschneiden der sogenannten Magnificent Seven, dieser sieben Technologieaktien aus den USA, also Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla gehört dazu und vor allem eben NVIDIA. Ja, das ist schon sehr bedeutend gewesen, weil ja bis jetzt zur letzten Rallye, die wir auch im November gesehen haben, nur diese Aktien quasi den Aktienmarkt gezogen haben. Die 493 anderen Werte des S&P 500 Index beispielsweise waren ja bis kurz vor dieser Rallye sogar im Minus year to date, also seit Jahresanfang. Also in dieser ausgeprägten Form haben wir das bisher noch nicht gesehen. Und ich meine, wir schmeißen die ja immer alle sieben in einem Topf. Ist das Ihrer Ansicht nach gerechtfertigt? Na, nicht ganz. Also wir mögen viele dieser Unternehmen. Wir haben die Apple, wir haben die Microsoft, wir haben die Amazon, vor allem die NVIDIA, die ist für uns auch dieses Jahr der stärkste Performance-Bringer. Aber eine Aktie würde ich tatsächlich so ein bisschen rausnehmen. Die anderen haben wirklich enorm etablierte Marktstätten. Ja, also Microsoft, ich weiß ja, Herr Kershaw, können Sie sich vorstellen, dass wir in zehn Jahren in unserem Büro sitzen und das Betriebssystem, das auf unserem Computer ist, wenn es denn kein Apple-Rechner ist, dass das nicht mehr Microsoft beziehungsweise Windows ist? Oder wenn wir ein Textdokument schreiben, dass das dann nicht mehr Word sein könnte? Völlig richtig. Ich nutze Apple, bestimmt. So, auch ein Apple-Rechner, weil Sie so ein bisschen aus dieser Journalisten-Ecke kommen. Aber trotzdem, in dem Moment, wo Sie, ja genau, könnte man meinen, das sollte man offen, aber in dem Moment, wo Sie eine Präsentation machen, wenn Sie was schon mal gemacht haben, dann benutzt Sie auch das PowerPoint, was eben auch... Nein, das bin ich, das nehme ich von Apple. Ich bin da Hardcore. Und Tabellenkalkulation? Ja, nämlich Numbers. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja, Sie haben wohl nicht recht, vorstellbar, dass Microsoft mal komplett aus den Büros entfernt sein könnte, undenkbar. Genau, weil es eben so Exoten, wie sie wenig gibt und Microsoft so verbreitet ist. Dann, wie Sie richtig sagen, Sie benutzen Apple, Sie haben auch ein iPhone, habe ich gesehen, als wir uns in Frankfurt mal getroffen haben. Wenn Sie da sind, komme ich ja nicht drum rum, Sie auch mal persönlich zu treffen zu müssen. Und ich sah, Sie haben ein iPhone, probieren Sie da mal wegzugehen. Also früher Nokia, hat man ja auch gesagt, Riesenmarktstellung, aber da musste man nur die SIM-Karte ausziehen, aus dem Telefon kommen, in Siemens oder Motorola reinschieben und weiter telefonieren. Auf der SIM-Karte waren sogar noch die Kontakte abgespeichert. Jetzt ist aber alles in der Cloud. Alle Geräte sind miteinander verbunden. Also ich habe das mal probiert. Ich war mal sauer, weil so ein iPhone-Generation einen miesen Akku hatte und wollte dann zusammen so einen wechseln. Man kommt da nicht mehr raus aus diesem klebrigen Ekosystem. Dann Amazon als universeller Marktplatz. Nvidia mit einem großen Vorsprung bei Chips. Also da ist die Marktstellung sehr etabliert. Aber wenn ich mir Tesla angucke, ja, Tesla müsste ja um diese Bewertung, die sie jetzt haben, zurechtfertigt, sozusagen der letzte verbleibende Automobilhersteller werden. Also so das Microsoft der Automobile. Und das glauben wir eben nicht, dass da eben auch ein dominanter Player bleibt. Oder zwei. Da ist die chinesische Konkurrenz. Ich würde auch die Deutschen noch nicht völlig abschreiben, auch wenn die entsprechend einen Rückstand haben, den sie erst mal aufholen müssen. Also die sind eben als überbewertet. Das verleitet einen, wenn ich mal diese vielleicht für Sie überraschend schlaue Nachfrage stellen darf, doch zu der Überlegung, wenn das jetzt so gut gelaufen ist, diese sieben im vergangenen Jahr, sind wir denn eigentlich auch gut beraten, weiterhin auf diese sieben Pferde zu sitzen oder sitzen wir da auf, ich sage mal, mittlerweile schon totgerittene Rösser? Also ist für Sie tatsächlich eine überraschend intelligente Frage. Habe ich mir gedacht, dass Sie das sagen. Die Antwort ist nicht ganz einfach. Es sind auf keinen Fall tote Rösser. Gucken wir uns die Unternehmen an. Wir haben gerade darüber geredet, über diese Marktstellung. Und es ist auch gerechtfertigt, dass die in den letzten Jahren ja schon besser gelaufen sind als der Gesamtmarkt. Das hat sich nur in 2023 nochmal extrem verstärkt. Aber deren Gewinne und Umsätze sind über Jahre schneller gewachsen. Die haben die höheren Gewinnmargen. Insofern, die werden nie wieder ganz zurückkommen auf das Niveau der anderen Aktien, die sie abgehängt haben. Aber wir haben halt beobachtet, dass die manchmal eben dann doch ein bisschen sehr weit vorauslaufen und sich dann wieder anpassen an das Niveau so ein bisschen zurückkommen gegenüber dem Gesamtmarkt. Und wir glauben, dass 2024 dann eher die zweite Reihe doch mal wieder nachrückt und diese Bewertungsaufschläge sich so ein bisschen reduzieren. Haben uns deswegen auch ein Produkt bauen lassen von Goldman Sachs, wo wir den Nasdaq 100 Index, also den normalen Index, wo diese sieben Titel drin sind und mit ihren Marktkapitalisationsgewichten drin sind, also einen großen Teil des Index ausmachen. Und das Zertifikat setzt dann darauf, dass dieser Index schlechter läuft als der Nasdaq 100 Equalweight, wo alle Aktien gleichgewichtet drin sind. Dass sich diese Differenz wieder ein bisschen annähert. In der Vergangenheit war es so, ja, die sind auseinandergelaufen, aber um es mal so auszuzeigen, wir haben ja keine Grafik zum Einblenden, die laufen so auseinander. Hier laufen die einen, da laufen die anderen, aber sie kommen halt immer wieder zurück. Und jetzt wäre eigentlich so der Zeitpunkt, dass die wieder zurückkommen. Also Charts können Sie wunderbar mit Ihren Fingern beschreiben. Also das sollten wir als, ich sage mal, als etwas einführen, was wir regelmäßig machen. Ja, ich arbeite ja im Nebenberuf als Handmodel. Haben Sie noch eine Frage? Ja, sogar die habe ich noch. Also natürlich, ich will jetzt ja gar nicht weiter über Ihr Produkt da reden, dass Sie sich da haben, bauen lassen. Man wird wahrscheinlich irgendwie auch ein Produkt finden, das man auf den S&P 493 irgendwie setzen kann. Aber ich meine, das ist ja ein relativ breiter Markt. Gibt es da, ich sage mal, einzelne Bereiche, Branchen, Sektor, vor denen Sie sagen würden, die sind besonders spannend? Ja, also ganz sicherlich werden nicht alle Aktien gleichlaufen, weil die Konjunktur möglicherweise selbst in den USA ja in Richtung Rezession driftet. Das heißt, Unternehmen mit einer schwachen Bilanz werden eher Schwierigkeiten haben. Aber wenn wir mal uns so die Börse angucken ab Corona, dann haben wir einen wahnsinnigen Boom gehabt, auch bei den Magnificent Seven, aber eben vor allem ja auch bei den Aktien aus dem Bereich nachhaltig, aus dem Bereich Clean Energy. Die sind dann 21, schon unter die Räder, Entschuldigung, 22, als dann die Börsen runtergingen, unter die Räder gekommen, mit allen anderen Aktien auch, aber die besonders stark. Und die sind auch 23, haben die Nummer eins auf den Deckel bekommen. Die sind nun wirklich stark verprügelt worden, haben ja teilweise Verluste von 70 bis 80 Prozent. Aber, ich meine, wir haben in Dubai die Klimakonferenz gehabt. Die Länder haben erstmals sich zu einer gemeinsamen Erklärung durchringen können, im Sinne von, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen. Das heißt, wir brauchen das Thema Brennstoffzelle, wir brauchen das Thema Wasserstoff, wir brauchen das Thema Windenergie und Solarenergie. Und die Unternehmen, die dort die entsprechenden Produkte liefern, die werden auch eben ihre Umsätze haben in den nächsten Jahren, ihre Gewinner haben, die Staaten haben Milliarden an Förderungen, gucken sich nur den Inflation Reduction in den USA an. Das heißt, da sehen wir wirklich eine Erholung bei diesen Aktien, die eben unsere Welt ein bisschen schöner machen. Reden wir hier eigentlich nur über US-Unternehmen oder sind europäische oder asiatische Unternehmen in diesem Bereich völlige Exoten? Nein, wir reden auf jeden Fall auch über europäische Unternehmen, gerade im Brennstoffzellenbereich, wenn Sie sich so eine ITM-Power angucken, eine Bloom Energy, Alphand, die Ladesäulen bauen etc. Nein, da reden wir nicht nur über US-Unternehmen, sondern eben über europäische Unternehmen, die teilweise aber eben in den USA jetzt Produktionsstätten aufbauen, weil die USA ja ein etwas protektionistisches Programm aufgelegt hat. Der Inflation Reduction Act, der bedenkt ja Unternehmen nur, wenn ein großer Teil der Produktion in den USA stattfindet. Aber das sind auch europäische Unternehmen, die dort dann eben produzieren. Also profitieren allerdings die Arbeitsplätze, die entstehen dann eben nicht in Europa, sondern in den USA. Aber das ist den Unternehmen ja so lange egal, solange sie mit ihren Produkten Geld verdient. Und der Aktionär solcher Unternehmen profitiert dann davon, selbst wenn eben das von amerikanischen Arbeitern stärker hergestellt wird als in der Vergangenheit. Und nachträglich nochmal vielen Dank, Herr Risse, dass Sie mir eine für meine Verhältnisse intelligente Frage unterstellt haben. Ich finde, das hilft unserem Gespräch, weil es Sie ja auch dazu verleitet, dann intelligente Antworten zu geben. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle für dieses Gespräch und für die vielen, die wir 2023 geführt haben. Und ich freue mich auf die weiteren Interviews in 2024. Macht Sie es gut bis dahin. Vielen Dank, Herr Risse. Ja, sehr gerne, Herr Kerscher. Wir hatten jetzt ja auf Weihnachten das Fest der Liebe. Da kommt auch bei mir ein bisschen Milde durch. Und ich wünsche einen Rutsch und freue mich auf diese besondere Art der Gespräche, die ich ja nur mit Ihnen habe, auch im kommenden Jahr.